Servus, ich bin Marina von Wasserburg24 und wir sind heute in Wasserburg im Stadtgebiet unterwegs, rund um die Altstadt und zeigen euch auch Plätze, die ihr gewiss noch nicht kennt. Bis zum nächsten Mal. So liebe Leute, das waren jetzt meine Plätze, die ich besonders gerne im Wasserburg besuche und rund um die Altstadt, die einfach sehenswert sind und die vielleicht doch noch nicht jeder kennt hat. Und ich hoffe, euch hat es gefallen und es war etwas dabei, wo ihr sagt, da muss ich auch mal hinschauen.